Das wär mega witzig gewesen. Hast du die Aufnahme eigentlich noch? Der Schiff! Explodiert's? Vielleicht explodiert's ja. Ja, das war's mal bei dir nie, ob's rot ist, oder nicht? Wieso nach vorne? Ja, das war's mal bei dir. Ja, das war's mal bei dir. Ja, das war's mal bei dir. Das war's mal bei dir. Da ist noch mal bei dir. Da ist noch mal bei dir, dass du immer wieder da warst. Das war's mal bei dir. Das war's mal bei dir. Lass meine City reinfahren. Lass meine City reinfahren. Leon, 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 Leon. Was ist das gelbe Auto von vorhin? Da ist ein Rebellen aufschort, Leon. Ne, Marihuana. Oder Silber. Ne, der steigt da hinten aus, Leon. Der ist da hinter dem Haus stehen geblieben. Ja, definitiv. Fahr da mal hinter. Aber so, dass ich Schuss fällt habe. Und der kein Schuss fällt dafür. Doch, der ist da hinten hinter dem Haus, an dem der gerade reingefahren ist. Warte, pass auf, fahr gerade aus. Nein, wieso? Und jetzt hier gleich rechts. Nein, nein, weiter, 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 weiter. Die Straße rechts rein. Und hier hinter ist der Steck geblieben. Oder? Nicht. Doch nicht. Wo läuft wer? Da vor uns. Gerade aus. 90. Wo läuft denn der hin? Am Kupfer-Trader war der. Wohin? Kontakt Auto, ein Kilometer Südwest, Leon, das ist Polizei. Ne, doch nicht. Der ist da hinter uns, Leon. Jetzt um die Mauer drum rum. Loll, der hat mich einfach umgeschossen. Alter.